So, willkommen zurück bei Assassin's Creed Origins. Das hat im letzten Part nicht so funktioniert. Aber... Hi. Komm her. So. Idiot. Tschüss, Mann. So einfach kann's gehen. Ja, jetzt machen wir natürlich die Feste hier zu Ende. Hi. Mit Schwung in den Reihen. Ich ruf die Truppen. Gebeißen. Boah. Ha, ha. Ha, ha. Oh, shit. Hey, 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 hey. Wo sind denn die Rebellen? Wo sind die? Irgendwo da hinten, hä? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Bastard. Du, in konzentrierst. Held dich. Ja. Huh. Huah. Du bist wie ein Held. Wir nehmen. Boah. Okay, es reicht. Erstmal. Wow. Wir haben ein kleines Problem. Würde ich mal sagen. Du bist schon so gut wie die Tod. Ich sammle die Truppen. Ich sammle die Truppen. Oh, shit. Okay, wisst ihr was? Wir hauen ab. Wir hauen hier erstmal ab. Das ist... Das war's. Du hattest Hilfe. Die Bauern haben protestiert, um die Soldaten abzulenken. Sie waren furchtlos. Die Rebellen taten auch ihren Teil. Du hast sie inspiriert, Bayek. Tatsächlich bewundern sie dich. Unsere Höfe werden gut beschützt werden. Sie lieben den irren Sivana. Sie werden nicht zulassen, dass ein neues Krokodil das Fajumheim sucht. Dein Volk ist befreit. Ein guter Anfang. Hotifres. Jetzt werde deinem Namen gerecht. Und meiner Pflicht als Ehemann. Schadja hat dich sofort gemocht, weißt du. Du hast hier immer ein Zuhause. Wenn du es brauchst. Schön, wie sich doch die... Dass sich die Pfeile in dem Köcher auch bewegen. So. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Oh, wir haben einen Questgegenstand. Wir gehen jetzt zurück in die Festung und machen die platt. Wir gehen da jetzt wieder rein. Denn da fehlen uns noch ein paar Sachen. Da fehlen noch ein paar Schätze und die Hauptmänner müssen weg. Wir machen sie platt. Ach, Moment. Haben wir schon alle? Dann also nur noch die Schätze, okay? Da sind zwei. Da hinten ist ganz viel Holz. Na gut, dann gehen wir erstmal da hin. Dann fehlt immer noch ein Schatz. Egal, mal gucken. Erstmal mal neue Pfeile mitnehmen. Okay. Da fehlt immer noch einer. 10 Uhr, ich darf nochmal bitten. Wo bist du? Da hinten ist er, okay? Okay. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Warte jetzt. Da Da ist er Mal schauen, wie wir da am besten hinkommen So Perfekt, das war's Dann hauen wir jetzt ab Okay, gut Wo sind wir denn jetzt? Hier sind wir Da ist Da ist er Da haben wir noch Ich würde sagen Dann gehen wir auch da hin Ne, warte mal Wir gehen erst Wir gehen hier hin Und dann da runter Moment Hier haben wir auch noch so viel Mann, jetzt weiß ich ja nicht Was ich da erst machen soll Hier haben wir auch noch Okay, wartet mal Da ist so Okay, das machen wir später Hier ist nichts mehr Hier hätten wir noch einen Das haben wir Moment Weil wir sind gerade hier So Das heißt, ich würde sagen Wir gehen da hin Hallöchen Erstmal da hinten Mal schauen, was wir da haben Wow Okay Ein Schatz, ein Hauptmann Zeno, bitte Da ist der Hauptmann Da ist auch der Schatz Ja, perfekt Und der Hauptmann pennt Moment mal Ah, wenn der schläft Heißt das, wir kommen in das Zelt nicht rein? Doch, von hier So Das war's Okay Ah, toll Wir müssen hier über die Brücke Um darüber zu Ach, herrje So Wartet mal Was machen wir denn hier Fernkampfschaden Dass wir mehr Pfeile tragen können Wird den Schaden der versteckten Klinge Dann haben wir einen neuen Bogen Was haben wir denn da? Was haben wir denn dort? Okay Wir haben über neun neue Das Klingel Des Der Seevölker Ist auf jeden Fall besser Klar damit Ah Scheint Jetzt haben wir Jetzt haben wir die Ausrüstung von der Sonnenuhr Zwar nicht mehr, aber Naja Ähm Okay So'n Ding Was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Oh Das hier ist Ja, aber zwei so Ne Zwei davon will ich nicht Okay, das waren sie Und wir haben drei neue Schilder Eins, zwei, drei Die hier Ja Das ist Gleich stark Ah Fernkampf Warte, was macht das hier? Nahkampfwiderstand Okay Feuerwiderstand Nehme mal das Ja Komm, dreh ich mal Wir lassen erstmal die Kapuze ein bisschen auf Was hast du hier verloren? Ja nix, wir sind schon weg Tschüss Okay Oha Wir müssen da durch Halt Bleib stehen Sonst was Sonst was Okay Da pennt der Hauptmann Da ist Wo ist der Schatz Zack Zack Tschüss Der Schatz ist hier oben drauf Okay Die Brücke hier ist nicht steuerpflichtig Alles Gute kommt von oben Das schafft er aber nicht Wollte ich gar nicht versuchen Aber Dann machen wir es genauso wie bei dem anderen Hallöchen und Tschüss So Das wäre das Dann Schauen wir uns jetzt das hier an Gehen da hin Und gucken was Räder wieder für Probleme hat Ach du bist schon da Bist du ja schon So ein schlaues Pferd Ich glaube Ah schade Ich hatte gehofft Der springt direkt hier hoch Aber Macht ja nichts Mal gucken Was haben wir denn hier Was haben wir hier Ja du brauchst mich nicht daran zu erinnern Dass ich keine Quest habe Das ist mir wohl bewusst Ey Ist das in der Luft Hier gibt es einen Schatz Was war das denn Okay Das ist aber Das Ding zeigt nach oben Der Schatz ist unter mir Alter ich habe ja keinen Hülleneingang oder sowas gesehen Da ist der Aussichtspunkt Okay Jo Weiß ich jetzt nicht Wartet mal Ich denke mal Es wird sich schon irgendwie noch aufklären Dann holen wir uns erstmal den Aussichtspunkt Vielleicht finden wir dadurch noch was Mal schauen Aber Irgendwie ist es komisch Da ist So Ist irgendwie merkwürdig da Mal schauen Vielleicht finden wir ja noch einen Weg Guten Tag Ist jemand Nö Nö Naja Naja Warte Das interessiert mich jetzt Wie kommt man da rein Wie kommt man da Hin Ah hier Okay Gut War ja War es ja doch nicht so schwer 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 okay sind die Fledermäuse drin nun gut ich denke mal nicht dass die hier reinkommen können wir wieder gehen ist jetzt ein anderer eingang oder ah ja okay gut so wir wollten hier hin mal schauen was er wieder hat mal gucken wir sind gleich da mal gucken wo genau er diesmal ist irgendwo okay hier ist es beim Lagerhaus da ist er ja oi was ist los es gibt Leute die unsere heiligsten Städten entweilen und unsere heiligsten Schätze stehlen diesen Banditen geht es nur ums Geld halte sie auf schütze unsere heiligen Städten einverstanden aus dem Weg was denkst du dir dabei gib den Weg frei bitte alle im weg mit euch los ja 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 Sack Zack zack dort sagt einfach durch ich muss weiter ah Mist das war nichts so meine Güte das war ganz schön ah nein komm 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 okay er ist abgehauen gut Glück gehabt wir haben deine Sachen du lasse dir nicht wieder Klon ein Geschenk von mir und nicht von den Göttern obwohl wir ja bereits wissen dass du Rees Günstling bist ein 77er Schild Fernkampf und Adrenalin nehm ich mal haben schon wieder drei neue Waffen eine ähm wo ist die zweite der minus 65 müssen wir eigentlich mal müssen wir das wirklich mal verkaufen hier ist die zweite und Waffe Nummer drei die hier wir haben einen Fähigkeitspunkt könnten das hier machen erhöht den Schaden all deiner Nahkampfangriffe um ein Prozent einfach mehr damit und dann machen wir danach noch das hier ok Verkaufen wir könnten jetzt alle unnötigen Gegenstände verkaufen und ich glaube das werden wir auch mal machen mal gucken was dabei rauskommt oder oh ne Katze warte mal kann man mit der Katze was machen Katze ja das ist das ne scheint nicht zu gehen gut vorhin habe ich mal sagen ähm das sollte für heute gewesen sein wir werden beim nächsten Mal beim nächsten Mal gehen wir hier hin wir werden mal gucken was da los ist und ich sage erstmal vielen Dank und bis dann jetzt bin weg frei tschau tschau Po gott f Vielen Dank.